Die Herzenssprache. Ich habe gerade über die Herzenssprache gesprochen und habe gesagt, wir haben Worte, wenn es darum geht, wenn wir über die Matrix reden, da haben wir viele Worte. Aber wenn es um das Herz geht, da fehlen uns viele, viele Worte. Weil ich gesagt habe, wir gehen jetzt in eine Zeit aus dieser Matrix, aus der Spaltung, aus dem Kampf, aus der Abwehr, aus der Angst, in die Zeit der Herzen. Das, was bereits die geistige Welt mir seit Jahren zeigt. Und wir müssen sehr, sehr, sehr aufpassen, wem wir jetzt folgen, weil es jetzt, gerade jetzt, sind wir auf Messerschneide. Das hat mir auch Isais gezeigt. Wir balancieren jetzt auf einem Seil durch diese Zeit hindurch, wo unsere Volksseele bereits durchgelaufen ist. Also unsere Volksseele ist diesen Weg bereits gegangen, aber jetzt gehen wir den Weg. Und sie sagt ganz deutlich, ihr könnt den Weg nur bestreiten. Da haben wir wieder ein falsches Wort, es ist Matrixsprache. Wenn wir auf dem Seil mit dem Herzen gehen. Und wir werden die Zeit, die jetzt kommt, nur verstehen, wenn wir aus dem Künstlichen, was unser Ego auch nur kennt, in das Herz gehen. Und das ist eine so tiefe Transformation in den nächsten Jahren. Und es wird auch noch weitergehen, weil es ist ja nicht getan mit einem Schnips und dann sind wir plötzlich in einer heilen Welt. Es ist, aber es kommt dieser Shift, es kommt dieser Moment, wo wir plötzlich, wo sich plötzlich alles ändert. Und da sage ich die, ich sage jetzt den Namen einfach, die, oder ich lasse es, ich lasse es. Weil ich habe vorhin in dem Video gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, wem wir folgen. Und deswegen möchte ich jetzt gar keinen Namen nennen, weil jeder geht seinen Weg. Und jeder findet, wenn er mit seinem Herzen geht, mit dem Herzensweg, mit seinem Herzensweg gehen möchte, findet er genau jene, die ihm helfen. Denn der Herzensweg ist jetzt der Weg, der verbunden ist mit unseren Ahnen, mit unseren Göttern, mit unseren Engeln, mit den alten Wächtern, mit allen, die jetzt wollen, dass wir unser Vermächtnis, jedes Volk, die Erde, die Welt, das kosmische Gesetz möchte, dass wir in diese Einheit gehen. Raus aus dieser Trennung, die wir noch in ganz vielen politischen und Köpfen der Menschen drin ist. Und das ist der Kampf gerade. Das ist der Zenit, an dem wir uns befinden, von dieser immensen Spaltung bis in die Familie, dass es kippt in den Herzensweg zur Liebe, zur Menschlichkeit. Die Menschlichkeit beinhaltet sehr viele schöne Dinge. Die Natur, wenn wir in unserem Gleichgewicht sind, die Natur, wir können uns erleben in jeder Facette, ob Wut, ob Trauer, ob weiß ich nicht was, alles Mögliche. Die Facetten sind breit. Aber wenn wir das in der Einheit erleben, ist das eine komplett andere Qualität, als wenn wir das in der Trennung erleben. Die Trennung ist Angst und Schmach. In dem Herzen ist es Wachstum. Das heißt, eigentlich wachsen können wir nur durch den Herzensweg, die Einheit. Und wir können die gleichen Emotionen fühlen, wie in der Matrix. Aber jetzt haben wir ein Wachstum. Jetzt können wir wachsen, weil der Planet ist dazu da, um zu wachsen. Aber man hat uns das genommen, weil man das Natürliche ausgehebelt hat. Und wenn man mal in unseren Systemen guckt, in unseren Vertragsrechten oder generell alles, was mit Recht zu tun hat, es wird immer, da wo Wachstum ist, wird immer mit Zweitverträgen oder mit Neuen, es wird immer umgangen, ausgehebelt, damit wir ja nicht auf die Weisheit kommen und vielleicht den richtigen Schritt machen können. Und genau das ist auch mit dem Herzensweg, mit der Einheit gemeint. Wenn wir da in uns unseren Frieden haben und unsere dunkle und helle Seite vereinen, die Mitte finden, wie gesagt, deswegen reden sie ja immer von der Mitte, dann ist erst wieder Wachstum und Entwicklung möglich. Und genau dieser Nährboden, den geben uns, also die Engel sagen es und zeigen es, aber letzten Endes ist es eine uralte, ein uraltes kosmisches Gesetz, was jetzt kommt. Wie es unsere Vorfahren sagten dazu, Ragnarök. Es ist ein komplett neues, neuer Anfang und natürlich eine immense Weiterentwicklung, Evolutionsstufe. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. In diesem Sinne, Merania.